Ornanieren auch, kräftig, während des Videos. Hey Kinder, direkt ein Spiel gefunden. Ey, aber jetzt schön alle draufdrücken, gell, sonst... Geness. Heute ist meine fette Aufnahme Nacht, deswegen fragt ihr euch vielleicht noch, hat schon wieder das T-Shirt an? Ich hab's nach wie vor an. I'm so fucking good. Ja, es ist sehr spät in der Nacht, also es ist schon... Die Nacht ist schon vorangeschritten, aber... Nichtsdestotrotz will ich hier noch was für euch aufnehmen und nochmal ein bisschen abeskalieren hier. Denn auch über die Feiertage musst du einfach, äh, ähm, vorgesorgt sein. Vor allem, da ich von euch einfach immer öfter gesagt bekomme, wie gut euch die Videos gefallen, ja, wie gerne ihr sie schaut. Was auch echt lustig ist, mir haben schon einige gesagt, sie hören meine Stimme gern. Also sie, äh, wie sagen sie, dass sie sich meine Videos ausschließlich anhören. Also sie machen das auf und müdeln dann irgendwo auf irgendeiner anderen Seite rum oder putzen oder machen irgendwas in der Nähe vom PC und hören einfach das, was ich sage. Ich hab nichts verstanden, sehr gut, Russen. Ey, ich hab letztens mit, äh, Johnny gespielt. Wir haben Deutsche gehabt, das waren die schlimmsten Pissnelken, zumindest am Anfang. Oh Gott, waren die behindert, wirklich. Da bin ich echt zufrieden, wenn ich wieder bei meinen Russen sein kann. Ey, Zucker. Äh, Zucker, Zucker, Bier! Mr. Kaspar und ich haben gelernt, bitter haben wir erfahren müssen, dass man am besten immer ein Diffuse kauft. Immer ein Diffuse kaufen. Ich meine, eigentlich ist es auch irgendwie klar, es war früher immer Diffuse, 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 aber eigentlich Go spiel, kaufe ich nie Diffuse, nie. Die letzten paar Spiele haben es uns gezeigt, immer Diffuse kaufen. Immer. Ich bin alleine auf A, alles klar. Russen, ich hoffe, ihr habt da, ich hoffe, da ist ein Plan dahinter. Ey, Mann, 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 Männer, hier, hä, kauf mal jetzt was. Ja, wir kaufen was, gell, ja. Zucker, Blit, Zucker, super, super. Let's get this done. Sie sind durch. Scheiße. Nein. Was wollte ich Ihnen sagen? Ach ja, über die letzten Spiele hinweg. Ach ja, über die letzten Spiele hinweg. Leute. Ey, wir haben bestimmt acht oder neun Mal am Stück verloren insgesamt. Ich wurde richtig fett gederankt. Ich bin jetzt schlechter als zu meiner Einrankung. Ja. Ich habe jetzt nämlich nur noch diese eine AK und ich wurde ja mit Doppel-AK eingerankt und war zwischendurch dieser Adler, also Männer. Schubbubzack bekommen, ordentlich. Aber es hat wieder einen höllischen Spaß gemacht. Holla, die wartet, wir haben dir gezockt. Oh. Was ist hier los, Mann? Das ist wieder so ein dreckiges Scheißspiel. Und wenn mein Glied deine Lippen verlässt. Wir wissen doch nicht, komm mal, haben wir aufzukaufen. Noch einer. Können wir jetzt locker schaffen, oder? So behindert sind wir nicht. Er hat alle vier geholt. Bittere Pille. Okay, okay, cool dann. Da hockt noch AWP in Main. Ich bin so unlucky die ganze Zeit. Main, Main, Main. Nice. Er hat's gut gemacht. Wird die AWP nicht mitnehmen. Naja, okay. Anscheinend haben wir ausreichend Waffen. Pah, das ist aber schon wieder so eine leicht russisch angehauchte Runde. Aber man merkt einfach schon, das läuft jetzt schon besser wie vorhin mit den Deutschen. Fick die Kacke. Der holt ihn jetzt. Ich hab ihn angefackt. Lauf, lauf, lauf. Nice. Weißt du, jetzt ist ihm so im Feuer abgefackelt. Boah, Tinnitus. Könnt ihr das hören? Ich geh aber immer in die Situation rein, wo ich nicht so sicher bin, ob ich jetzt reingehen soll oder nicht. Chidi, chidi, bing, bing. Naja, immerhin führen wir das Team zum Sieg. Ja, das ist das Wichtige. Ich wollte gerade sagen, du ballerst mich jetzt nicht an. Warum mache ich aber auch dann Dauerfeuer und nicht irgendwie... Die werden jetzt EB kommen. Die werden richtig halb B gehen jetzt. Alter, wie sie abgehen, nur noch einer. Lass mal auf, wer jetzt von dem Letzten gefickt wird. Ich natürlich, so wie ich mich kenn. Ha! Hab ich doch nicht mal getroffen. Und schön, die AK. Ultra, die starke Runde. Ey, die Mates, die sind richtig, waren richtig am Abrussten. Weißt du, wenn die den Wodka aufmachen? No chance. Mokwurke? No chance. Wollte mir jetzt gerade, will er, will er, will er, will er mir gerade, will er, hat die AK gesagt. Hier kannst du meine behinderte, verschissene M4 ohne Schalldämpfer haben. Ich nehme deine ultra-coole AK. Hm, deine Mutter. Fuck. 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 Ein HP. Der ist gar nicht auf B. Mein Spie, mein Freund. Alle Hopp, die Mates haben... Shit. Ich kann es gerade echt nicht fassen. Die Runde hätte ich noch holen können. Mit einem HP bin ich so gut wie andere mit, ähm... Doppelt so viel. Also ich bin doppelt so gut, sozusagen. Keine Chance, links und rechts. Shit. Habe ich da gerade ein Kind draus gehört? Aber Kinder dürfen das doch gar nicht spielen. Das ist viel zu brutal für Kinder. Achtung. Ich fixe jetzt richtig durch. Pass mal auf. 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 Arsch mal auf. Arsch mal auf. Arsch mal auf. Alter Mann. Was ist das hier für eine verdammte Affenkacke. 87. Hallo. Mit einer Dauerfeuer-ABP wäre das nicht passiert, ja? Aber so. Verstehst du? Was willst du da machen? Ganze 90? Dauerfeuer-ABP? Yes. I love you, Purple. Ich habe aber auch da was dazu beigetragen. Ja, nicht nur Purple. Wie viel habe ich ihm gegeben? 87. Purple hat eigentlich nichts gemacht. Purple hat ihm den Schuh ausgezogen oder so, als er dann tot war. Ja, ja. Ich bin wirklich, äh... Ich bin jetzt dann doch ganz zufrieden hier mit dem Ausstoß. Ich denke, wenn ich das Video fertig habe, mache ich geschwind noch eins. Und dann habe ich echt was gemacht schon. Ja! Ich habe Doors verstanden und dachte, was für Doors, Mann, was labert der Idiot. Aber immerhin dreigeklatscht, nicht wahr? Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, bitte geht ran. Übrigens, Leute, denkt dran, nicht vergessen. Ich habe es schon seit Jahrhundert nicht mehr gesagt, aber abonnieren, kommentieren, favorisieren, nicht vergessen. Ja, onanieren auch. Kräftig während des Videos. Und ich brauche unbedingt ganz viele Follower auf Google+. Für euch ja eigentlich kein Hexenwerk, nicht wahr? Das ist wahrscheinlich irgendwas, was ihr gar nicht benutzt. Einfach nur auf Folgen drücken, ne? Wenn ihr im Kanal seid, könnt ihr... Ihr könnt überall auf Google+, folgen. Irgendwo, überall. Das geht. Einfach folgen. Du willst mich verkohlen, Mann! Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Wisst ihr, was ich mir... Wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ohne Witz. Ihr kennt doch diese ganzen, äh... Mr. So und So. Gibt euch die Chance. YouTuber, großer YouTuber, bla bla bla. Gibt euch die Chance. Viva Bo, Pipapo und sowas, ne? Ich glaube, sowas werde ich dann auch irgendwann mal machen. Ey, wie wir abeskalieren, Mann! Was ist denn hier los, Mann? Was soll ich denn du mit mir? Guck mal, die Abtipp 94, wie schön verschnuddelt die ist. Ich reib die oft über den Boden, weil ich es richtig geil finde, wenn die Waffen so richtig behindert aussehen. Übrigens, noch was. Ihr werdet es nicht fassen. Vorhin schreibt mich jemand an. Ein Zuschauer nehme ich an. Hallo? Am dich, weil du gerade hier zuschaust. Du bist ja jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub. Ach, die Bombe. Männer, nein. Und dann meint er, ob ich zu ihm komme ins Teamspeak kurz und ihm so ein bisschen praktisch Glück wünschen kann oder als Glücksbringer dienen kann, weil er jetzt ein Case Opening macht. Und er macht die Kisten auf. In der zweiten Kiste hat er eine Hyperbeast drin. Das war auch einer von denen, die geschrieben haben, hey, gib mir die Hyperbeast. Er hat sie vorhin live gezogen, als ich dabei war. Richtig fett. Ich war echt total geflasht. Dann haben wir noch kurz geschwätzt. Und ja, dann musste ich hier weiter werkeln. Also das Video für von... Das wird der Ende halt. Dieses Ducky habe ich dann gemacht. Ich muss auch sagen, dass mir YouTube nach wie vor immer mehr Spaß macht. Das ist schon echt richtig, richtig nice, wie das hier an sich läuft. Also auf meinem Kanal einfach, ne? Dass meine Videos gerne geschaut werden. Dass der Konto, den ich herstelle, gerne geschaut wird. Lass ich das auch... Alter. Der Russe. Sorry. Mein Wort ist im Mund, wirst du? Es ist wirklich schön, einfach, wenn man das geschrieben bekommt. Hey, mir gefällt dies und das oder... Oder du bist ein Ficker. Also schreibt mir nicht, du bist ein Ficker. Doch, außer ich bin einer. Dann könnt ihr das schon schreiben. Leute, danke schön für diese schöne Zeit. Moment mal. Für diese tollen Gefühle, die auch in mir ausgelöst werden, ne? Wenn man sowas sieht, ist das einfach... Moment, wie viele Arby-Pedas sind wir gerade hier? Are you crazy? Puff, puff. Nur einer. Was? Nein. Nein! Wie kann man jemanden nur mit der scheiß... Mit der verkackten AVP anfrecken? Guck mal, schon wieder ein Assist. So, fünf Assists, alles klar. Ich bin hier wieder der Führer, ja? Bei den Assistenten. Ich bin praktisch der Führer, der Azubi, sagen wir so. Follow me, bitch. I'm gonna post you like him. Komm mit mir ins Wunderland. Dann scheiß ich dir in deine Hand. Halt sie weit auf, dann wirst du sehen. Ja, mein Kot, der riecht sich. Was ist mit euch los? Was ist mit euch los, Mann? Was singt ihr hier? Right, 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 kille. Nice, nice. Ist gar nichts, Mann. Right, right, kille, right. Oh, sorry. Doch, not, doch, not. There is doch nothing anymore anymore, any more, Gegners. Yes, yes, yes. Oh, das ist so hell, wenn der mich vielleicht schützt, ist es voll hell. Das finde ich überhaupt gar nicht gut, manchmal. Wie kann es sein, dass ich immer gebumst werde, Mann? Es sind alle Maids da. Und ich? Na gut, sicher bin ich hingegangen. Sicher bin ich hingegangen. Von woher ist das, ah? Ich gebe euch einen Tipp, Gerhard Pult. Aber den Rest macht ihr. Lass mich gerade mal durch die Wände durch, mein Freund. Ja. Blü, blü, blü. Oh, du bist ein Sack. Du bist ein dreckiger Sack, wenn du mich jetzt gekillt hättest. Du bist ein dreckiger Sack mit deiner scheiß Bananenpistole, die ich unbedingt haben will. Ja, vielen Dank. Ich war alleine auf B. Ja gut. Ey, wir haben gewonnen. Was verstehst du? Was verstehst du? Ja, guck mal, ich bin fast für acht Level gestiegen hier. Und ich habe eine blaue Spruse. Gut, aller Hauptgeld. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist mein B. Ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.